Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Nova Novus zusammen mit Sachsenhost Hallo, und 0407 00 verschwindet schon wieder teilweise, ey drück mal SHIFT, nicht während Und du im Wasser bist, ey gut, da verschwindest du nicht, wie gesagt, du verschwindest Ich bin also... Verschwinde ich jetzt auch teilweise bei dir? Liegt übrigens an den Server, das ist so leckt und nicht an unseren PCs Ja, leckt's manchmal, teilweise Ganz dezent Ähm... Ja, wir könnten auf jeden Fall... Warum hab ich eigentlich Sprucewood? Ich will hier... Oder ist das hier Sprucewood? Clay sieht schon geil aus Auch hier eigentlich... Ne, ich wollt keinen Sprucewood, ich wollt Oakwood Genau Ich brauch mal noch Oakwood Saplings Hier hab ich ein paar und da und... Boah, 28 Oakwood Saplings In der heutigen Aufnahme möchte ich anfangen mein Haus zu bauen In der heutigen Folge baue ich mein Haus weiter Schön Mit pflanzen noch Bäume an und mach alles gleichzeitig Ja, warte mal, das ist ein bisschen blöd, weil dann zerstört die Kakteen Das ist ja gar keine Erde... Da darf es dann, kann man das gar nicht beziehen So... Ja, es leckt teilweise wirklich richtig schön Also jetzt eigentlich ist das 128er wieder drinne? Nein, ist 256er 256er Ja... Ja... Warum funktionieren denn denn mal Optifine nicht? Ich hab doch Optifine drinne, oder? Obst du was hier mit Optifine genommen? Obst du... Ja, Optifine... Warum... Muss das noch belegt werden, oder was? Ehhh... Ähm... Mach ich mir mal noch... Müssen wir das noch irgendwo einstellen? Scheiße, da war ich zu langsam mit dem Knopf zu drücken Klapp's doch einfach hoch Geht schneller Ja... Wahrscheinlich Äh... So mache ich's zumindest immer, weil manchmal funktioniert einfach dieser Knopf nicht Ja... Ähh... Ähh... Ach man... Da war's doch gerade irgendwie hier so Zoom Zoom... Zoom auf C Ja... Alle Scheiße aus Oh mein Gott Zoom ist auf C Guckt euch diese Grafik an Guckt sie euch an Die ist so detailliert Das ist nämlich ein 256er Pack Äh... Nein, kein 256er, sondern ein 512er Texturenpaket Genauso wie diese da war Total animiert Ja... Ja... Für einen Shader, äh... Habe ich zu wenig Arbeitsspeicher Ich spiele dafür mit Shader Du hast ja aber auch 12 GB Arbeitsspeicher Richtig Habe 8 GB Und mein... ...RAM ist zur Zeit zwar nur zur Elfte voll Aber sobald ich einen Shader reinhau jetzt Könnte ich jetzt mal live machen Shader Und... Äh... Du spielst mir den Kuda Shader Default Habe ich den auch mal rein 5 GB 6,5 8 7,7 Habe 7,9 GB drinne 7,6 7,7 Ich müsste vielleicht mal Quarz oder sowas fahren Also man sieht eindeutig ich brauche mehr RAM Weil das macht es nicht mehr mit Weil das macht es nicht mehr mit Ja... Ich muss mal gucken ob ich irgendwie bitte einen RAM finde Also... 4 GB RAM-Kit Also 8 GB Dass ich auf 16 komme Äh... Kostet 40 Euro So sieht dieser Kuda-Schilder aus Jetzt ist so ähnlich wird es auch bei Tom aussehen Aber halt... Grafisch nicht so hochauflösend Wie hier... Wo du noch nicht mal die... Die Kanteorten nicht sehen kannst So... So fein ist die gestrickt Aber man sieht natürlich Ich habe nur 22 FPS Und das ist somit können wir nicht spielen Also nehme ich den Shader wieder raus Was natürlich wieder 3 Jahre dauert Aber das ist sowas von egal Und dann kann der ja was aus seinem Leben erzählen Was er denn heute so erlebt hat Ich lerne tschechisch Lernst tschechisch? Nein Lernst... Lernst also tschechisch? Ich kann zwar kein tschechisch aussprechen Aber ich frage dich jetzt tschechische Vokalien ab Nein ich lerne kein tschechisch Aber man müsste ja mal tschechisch anfangen mit lernen Weil... Ja... Ist ja bald Tschechisch... So... Fertig geladen So... Tschechische Sprache Wenn wir dort tschechisch sprechen noch irgendwie... Lesen Ich auch Die wichtigsten 30 Worte auf tschechisch Das klingt doch gut Hallo Hallo Dürbreden Guten Tag Guten Tag Warum heißt... Äh... Ahoi oder Eroi Je nachdem wie es ausgesprochen wird Entweder hallo oder tschüss Ja... Cool Wormack heißt Hilfe Toiletta Arbeitst du dann auf Zulette wenn sie sich da nachfragen Was ist mit Toiletta Toiletta ist die Toilette Wenn ich es richtig ausspreche Wahrscheinlich nicht Haha Es ist... Vielleicht haben wir ja tschechische Zuschauer Die können ja jetzt mal was in die Kommentare schreiben Ja bitte Herzlich Willkommen Ja wir brauchen bitte ein Tschechisch für Anfänger Video Gibt's wahrscheinlich sogar schon bei YouTube Vielleicht gucken gerade auch unsere tschechischen Austauschschüler schon zu Und die wussten bisher noch gar nicht dass... Dass wir... dass sie dann bei uns können Oder so ähnlich Ja 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 und dann aber 13 Kanäle haben Von den tschechischen Austauschführern Weil... Wie hat das ganze geil mal Datenschutz Datenschutz Eindeutig So ich brauche auf jeden Fall noch mehr Holz So hier ist Oakwood Planks Und... Vielleicht denken die sich auch gerade ach du Scheiße wo ist denn... Wo kommen wir denn hin? Wollen wir das überhaupt? Wahrscheinlich nicht weiter Ab nachher So... Ähm... Welten Saps? Hatten wir da noch ein paar? I don't know You don't know Ja Now i can... Right in the title... Uh... I'm english speaking Ja, wir machen das Let's Play in Englisch. Ja. Ja, wir können. Wir machen wieder 4 stone steps. Ja, Creeperspawner verkauft 9k. Was ist 9k? Ach so, der will einen Creeperspawner für 9k. Ich dachte, der Herr gewisse Creeperspawner, der verkauft etwas für 9k. Oder der verkauft 9k an nichts. An Menschen. Jensei, sie sind Menschenhändler. Der Creeperspawner. Weiß man nicht. Weiß man nicht, weiß man nicht. Ach so, was passiert eigentlich, wenn man sich in Minecraft umnennt? Merkt das der Server sich? Dass der sich umgenannt hat? Oder verliert man quasi seine Intentität? Ich habe keine Ahnung. Na ja, die Frage. Ob du mich dann als Adi dann LPD trusten musst? Und... Und... Sachsenhaus dann wieder trusten musst? Oder so? Ob ich meine Items verliere? Und... Ja... Meine Vote Coins? Mein Geld? Dein Geld? Nein, irgendwie nicht. Wie kann man sich bitte schön Fischkäse nennen? Ach so, kein Fischkäse verkaufen? Ich wollte schon sagen, das gibt es auch gar nicht. Das Island Level ist... Inzwischen 50. Ach so, stimmt. Wir könnten mal die eine Quest abschließen. Das war nämlich mein Ziel eigentlich für diese Folge, die inzwischen schon wieder 10 Minuten geht. Island Quest, was? Wie macht man... Ähm... Turquisen Farbstoff? Turquisen Farbstoff? Turquise, Turquise, Turquise... Äh... Aus turquisen Pflanzen? Ach so, bitte neu anpflanzen die Bäume. Warte mal. Wir brauchen... Wir brauchen ein Gegner jetzt in den Baum. Ähm... Ich muss jetzt nochmal zum Jack. Zum Jack? Zum Jack. Der... 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 Der macht nämlich immer so gute Angebote, ja. Warte mal... Ja, äh... Wie heißt der? Warte mal... Es... Warp... Wie... Wie heißt der? Wie wird der geschrieben? Slash... Slash Shop... Slash Shop... Scheiße jetzt... Ah... Ja, Shop schreiben... Hä? Wo bist du da? Ich bin wieder auf unserer Insel. Okay... Okay... Hm... Ist jetzt auch voll gebracht... So... Was... Kann ich denn hier noch so in Quests... Erledigen? Äh... Brot... 23 Brote... Bin ich ja schon so ein bisschen am arbeiten... 23 x 3 sind... 60... 69... Weizen brauchen wir... LOL... Das fällt... Das fällt ein bisschen... Wie sieht das denn? Lane... Das sieht doch schon geil aus... Muss man schon sagen... Was? Was ich hier grad hinzimmere... Sieht... Schon... Nice aus... Ähm... Hatten wir ja nicht mal ne Schaufel... Warte mal die... Hat ich glaube ich hier unten rein getan... Äh... Oh... A Stone... Noch ne Stone... St... St... Stone Schaufel... Natürlich... Ich muss mal ganz kurz googeln... Wie man korrisierte... Erde... In normale Erde... Uhhh... Oh... set... ... ... ... ... ... Und hier... Ich finde es nichts... Ähm... FineCraft... ... untoe... FineCraft.. Ah ja grobe Erde heisst das ja, ähm, grobe Erde, grobe Erde, Werkzeug formbar, nein, Eigenschaften, verarbeitet man grobe Erde mit einer Hacke, verwandelt sich in normale Erde. Irgendwie nicht, vielleicht brauchen wir eine Hacke, eine Steinhorke, das kann möglich sein, it's possible, deswegen machen wir jetzt mal eine Steinhorke, ähm, vielleicht brauchen wir aber auch eine, eine, Mit einer Hacke. Ich bin auch schon so. Äh, nein, hä, warte, warte, mit einer Hacke. Mit einer Hacke. Was denn nun? Die Hacke, umgraben, Ackerboden wird benötigt, bla bla bla, von das Holz hergestellt, aus Diamanten, aus bla. Au. Au. Ich bin runtergefallen. Ober. Jetzt einfach Minecraft. Ober. Erde. Du. Erde. So und auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal 15 Minuten um, ich hab die Hälfte nur, äh, bedingend gehascht. So, warte mal. 1, 2, 3... Hast du die abmod? Oder? 6, 7, 8. Du ey, ich hab anmoderiert, du machst abmoderiert. Nein, dann. 1, 2, 3, 4,... So, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, damit ihr die nächste dumme Aktion und das nächste googeln und klauen und sonst was von dieser Folge nicht verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da, da werdet ihr sofort benachrichtigt und tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.